Ja, schönen Abend zusammen. Eigentlich wollte ich mir heute eine Pause machen. Jetzt muss ich mich wegen der Scheiße hier hinsetzen. Jonas Hofmann wechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Der Deal ist fix. Bayer 04 Leverkusen hat die Ausschicksklausel gezogen und ein Kumpel hat mir eben geschrieben, mir zieht der Deal den Boden unter den Füßen weg. Mir geht es ähnlich. Ich versuche es nicht so emotional zu machen. Ich weiß ehrlicherweise auch noch nicht so richtig, wie ich das einschätzen soll. Ich versuche es aber jetzt mal. Aber ja, ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann dem Transfer auch null nachvollziehen. Ja, ihr könnt gerne ein Abo und ein Like da lassen. Ist mir aber auch heute wirklich ehrlicherweise scheißegal. Kommen wir zu den Fakten erstmal, bevor ich den Deal aus meiner Sicht einschätze. Jonas Hofmann wechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen zieht die Ausschicksklausel. Das war klar, dass sie im Vertrag ist. Zwischen 10 und 12 Millionen werden wir dafür bekommen für Jonas Hofmann. Und ja, er hat im letzten Jahr seinen Vertrag verlängert bis zu 25 mit einer Ausstiegsklausel und einer weiteren Option. Ja, und jetzt wechselt er zu Bayer 04 Leverkusen. Ich will nicht sagen, dass es ein Judas-Move ist, aber ich muss mich ja auch zurückhalten, was so ein Deal angeht. Aber ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wofür die Scheiße? Für ein bisschen Europa-League-Kicken. Du bist noch nicht mal absoluter Stammspieler da. Ist mit einer unserer ärgster Konkurrenten. Und für was? Für ein paar Euro mehr? Dann werd bei uns zur Legende und mach nicht so einen Rotz-Move dahin. Weswegen? Kann es mir einer erklären? Wegen ein bisschen Europa-League-Kicken da und dafür vielleicht sogar noch auf der Bank sitzen? Ist aus meiner Sicht absolut lächerlich. Aber ja, ich wünsche ihm viel Spaß dabei. Ich freue mich schon auf den zweiten Spieltag. Ich glaube, es wird absolut krachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er mal gut umgegrätscht wird. Natürlich soll er sich nicht verletzen. Aber es ist einfach... Also der Wechsel ist aus meiner Sicht einfach nur bodenlos. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Für ein paar Euro mehr? Für ein bisschen Europa-League-Kicken? Mach dich doch nicht lächerlich. Also für mich macht es Jonas Hofmann lächerlich. Dann geh ins Ausland oder sonst wohin. Aber ja, man merkt einfach nur noch, dass es nur noch ums Geld geht. Die Raute bedeutet Jonas Hofmann anscheinend gar nichts. Ist sein gutes Recht, soll er machen. Aber im Borussia-Park braucht er, wenn der Deal dann fix ist. Braucht er nicht mehr aufschlagen. Und ich will nicht verschweigen, dass Jonas Hofmann eine absolut harte Zeit hat. Er hatte ein ungeborenes Kind in der letzten Saison. Das ist ein absoluter Schicksalsschlag. Ich hoffe auch immer noch und ich wünsche ihm privat, dass er da sehr, sehr gut drüber kommt. Aber den Deal werde ich beim besten Willen nicht nachvollziehen können. Soll er machen. Aber im Borussia-Park hat er aus meiner Sicht nichts mehr zu suchen. Er ist mit Nico Elwedi, Lars Stinde, 2015 zu uns gekommen. Er hat sich super entwickelt über die Jahre. Und jetzt geht er zu Bayern 04 Leverkusen wegen ein paar Euro mehr. Ein bisschen Europa-League-Kicken. Hör doch auf. Es ist auf meiner Sicht eine Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Es ist, wie es ist. Es ist eine harte Sache für uns, weil damit natürlich ein weiterer Identifikationsspieler geht. Und wer soll Kapitän werden? Für mich war klar, dass Jonas Hofmann Kapitän wird. Und wäre er geblieben, das musst du dir auch nochmal überlegen, wäre er geblieben, wäre er zu 100% Kapitän unserer Borussia geworden. Und bei Bayern 04 bist du irgendein Spieler von 20. Absolute Witzfigur bist du da. Sind wir doch ganz ehrlich. Sind wir doch ganz ehrlich. Und weswegen? Das musst du ja mir mal erklären. Ja, und wenn du da auf der Bank sitzt, gönne ich dir von Herzen, dass du die Europameisterschaft im eigenen Land verpasst. Bin ich ganz ehrlich. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Spieltag. Für uns hinterlässt du Glück, ich glaube dann, wer wird dann Kapitän? Jonas Omlin, Nico Erwedi, wenn er bleibt, Julian Weigl. Wir verlieren eine absolute Identifikationsfigur. Und ich glaube, es wird jetzt auch für Julian Weigl hinauslaufen. Und jetzt machen die News aus den letzten Tagen natürlich auch absolut Sinn. Also Jonas Hofmann hat 214 Spiele für uns gemacht. Aber es ist Geschichte. Der Typ ist für mich durch. Wenn das wirklich so kommt und danach sieht es absolut aus, ist er für mich Geschichte. Wie gesagt, ist 2015 mit Nico Erwedi zu uns gekommen, mit Lars Stimmel zu uns gekommen. Und für mich, ich weiß nicht mehr, ich kann das heute auch nicht mehr. Aber es macht natürlich Sinn, dass dann die Gerüchte um Onorat, der genau seine Position spielt, aufkommen. Also, dass wir da 9 Millionen für geboten haben, wäre ein 1 zu 1 Ersatz. Ob Onorat ihn überhaupt 1 zu 1 ersetzen kann von der Qualität her, sei mal dahingestellt. Aber deswegen machen die Gerüchte natürlich jetzt umso mehr Sinn, weil er natürlich auch die Rechtsaußenposition bekleiden kann. Ja, warten wir mal, ob der Deal über die Bühne geht. Jetzt wird es natürlich deutlich wahrscheinlicher und macht auch viel mehr Sinn, der Onorat-Transfer. Ja, das wussten wir natürlich alle nicht, sind natürlich jetzt alle auch geschockt, mich mit einbezogen. Frank Onorat, wie gesagt, hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Aber er ist ein guter Kicker. Ich hoffe einfach, dass er Jonas Hofmann irgendwie so ein bisschen ersetzen kann. Aber ja, damit füllt sich natürlich nicht die Lücke, die er hinterlässt. Aber ja, anscheinend ist das heute so im Fußball. Jonas Hofmann hätte bei uns zur absoluten Legende werden können. Nicht auf, glaube ich, nicht auf dem Stindl-Niveau, aber hätte er noch drei bis vier Jahre bei uns gekickt, mit Sicherheit. Aber er ist anscheinend nicht der Typ. Man hat es gemerkt, dass er kein Typ wie Stindl ist. Das ist offensichtlich. Und jetzt ist er einer von vielen bei Bayer Leverkusen. Aber naja, Plea, was für mich jetzt auch nochmal eine wichtige Rolle spielt, ist wahrscheinlich Alassane Plea. Hat sich auch zu seiner Rolle bei Borussia bekannt. Fühlt sich wohl sehr, sehr wohl. Und ich glaube, dass wir auch über die Rolle von Plea dann nochmal nachdenken. Plea ist einer, der schon jahrelang bei unserem Borussia ist. Und die Abgangsgerüchte halten sich hartnäckig. Aber ich hoffe, er nimmt die Aufgabe eventuell an und kämpft dann trotzdem für unsere Borussia und bleibt bei unserem Borussia. Weil wenn wir auch noch Plea abgeben, der jahrelang da ist, Niko Elwedi abgeben, der jahrelang da ist, wird das natürlich extrem, extrem schwierig. Deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, wahrscheinlich, dass Alassane Plea doch bei uns bleibt, eine zentrale Rolle auf der 10 übernimmt. Wenn du mit, vielleicht in Gumu, mit Frank Honorat kriegst du deinen französischen Spieler noch an die Seite gestellt. Und Plea auf der 10 und vorne einen vernünftigen Stürmer, sieht das schon sehr, sehr gut aus. Ja, zu Jonas Hofmann möchte ich dazu heute nicht mehr verlieren. Aber zum Ende soll man mit einer positiven News enden. Und ich finde, das neue Auswärtstrikot, das geleakt wurde, sehr, sehr schön, muss ich ehrlicherweise sagen. Und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt im Kommentarfeld zum Wechsel von Jonas Hofmann zu Bayer 04 Leverkusen. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist für mich aus den genannten Gründen absolut nicht nachvollziehbar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.